hallo und herzlich kommt zur nächsten folge 0 mit dabei ist der luca und wir spielen zion damit es nicht zu langweilig wird und luca spielt glaube ich am bein rum ich finde den tanzern 70 mal schauen wie ich mir spielen kann ich habe diesen drei nicht mehr gespielt muss nur dann hätten vielleicht ja wenn ich die video treff ist eigentlich self kill so also der plan auf unser land ist einfach der lulu und den swl so mit meiner fucking e auf den sack zu gehen dass sie keinen bock mehr auf ihr leben haben das ist unser plan treffen würde man dafür schon auf den sack zu gehen wir haben als runde komet und weiter weiter gar nicht und hier aufs mulch es wird sich eine erb und nimmt einen trank es spielt mit mit preis das macht am meisten spaß wenn er am meisten spaß macht wenn ich jungen spiel und philipp troll hast du die videos gesehen ich muss dir die angucken aber philipp spielt gar nicht mehr oder er hat letztens gespielt am samstag hat er ja samstag war es hat oder ne son freitag war es hat er gespielt hat er mich auch gefragt habe gespielt aber da hatte ich kein bock mir habe schon von 16 bis 20 das war da wo wir mit ollie gespielt haben und so oder ja ollie kannst du mich vielleicht cover an weil der liebsten müsste auch wenn ich kurz die versuchung hatte wundert mich was macht denn der ließ hin ich weiß jetzt nicht was ich der s will wollen äh nicht der s will sondern der luffy BAM wir brauchen mehr cooldown reduction die e dauert mir zu lange jetzt ist sie wieder da da wo er den verdächtigen kopf nur den kopf gebrauchen die rote ich versuchte der du warst du warst in Ich habe Vasallen-Auflöser dabei als Jungler. Das wäre eigentlich voll krass, wenn Vasallen-Auflöser auf Ding funktionieren würde. Dann hättest du den ersten Jungle-Clear in ein paar Sekunden. Ähm, die ist botzett. Danke für die Info. Wir machen weiter, bis wir keinen Mana mehr haben. Dann gehen wir weg. So. So. Jetzt können wir weiter unter E. Dance, Baby. Dance, Baby. Lach mich nicht aus, du doofe Kuh. Die, 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 die. Mein Canyon Minion. Oli fragt, wie lange wir heute zerfen. Äh, keine Ahnung. Ich habe heute nichts anderes vor. Wo willst du hin? Luschen, wo willst du hin? Hey, Bummel. Das heißt, das finde ich geräusch, was ich. Ich bin loschen. Puss ich. Verstehen. Ich bin los, die. Puss ich. Genau. Ich bin das. Geh doch auf die Luluuu F.W.L. hat keinen Flash und keinen Heer mehr Okay Ein pushen Hör mal Ulti und beginn Dututut Drakon Stamm ich habe keine ahnung das hier und das hier weil wir könnten mal schauen vielleicht lässt sich mit der was machen mit der hat noch alles amt der lief bei dir denken kommt die haben bei uns den pappers gewonnen Absolut rough, würde ich mal sagen, fuck, Lulu hat kein Flash mehr, ja, und keinen Entzünden, äh, ah, nee, hier, hier, dann, schauen wir mal, dass ich mal kurz mit dir ein bisschen helfen kann, ich habe keine Ulti mehr, ich auch nicht. Kann ich meine Crew aufladen und hinflaschen? Ah. Egal, wir haben Pressure gemacht, wir haben Pressure gemacht, das reicht. Ups, sorry. So weit hat er jetzt nicht gedacht. Die haben keine Warp mit dem Treibarsch. Ah, wir haben unsere Quest. Wir haben einen Warp. So. Und E. Der Lee Sin ist bei uns. Ja. Überleben? Ja. Easy. Vielleicht noch nicht so easy, aber überlebt. Die P kommt runter. Wir müssten ein bisschen auf den Tower pressuren, weil... Sonst hat er. Auch wenn er nicht auf den den stattfinden sieht. Naja... Die ist gut. Ja. Ich versuche, der ist gut laut. Da haben wir ja den Yield, die da im Bot war Ehhhhhhh So, Yield Ah, ups, waren wir jetzt schon Ah, shit, ey Ali? Jo Zack Ah, ich hab mir auch Schuhe gekauft Egal Ich geh nicht so weit hinterher, die müssten jetzt alle da sein Oh 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 Oh, kannst du Infernal Warden? Ähh Gott nicht Oh 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 Come Das ist ein guter Job. So, ist der Daumen oben? Wird man nicht loben? So... So, ich bin nicht so gut. So, ich bin nicht so gut. weißt du langsam und aber das jetzt passiert ne, undo, ich will Schuhe soo, gehen wir noch mal Pink Wards und gehen ab in die Mitte durch die Kacke haben wir gerade zu viel genommen ey ja, komm mal wer hat denn den, wer hat denn auf den, 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 Drake-Treasure nein kann es sein, dass die Bloodlamp irgendwie die Anti-Winning-Lane war das macht mir jetzt irgendwer muss Top-Plan und die Weapon nehmen ok, Fiora geht jiiiii oh shit ich will jetzt endlich mal bloß wieder ein Game gewinnen das ist alles gerade nicht so geil alles gerade nicht so geil ok ich kann auch nicht machen 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2 lol ok inting Xeon inting Xeon ist am inting Xeon is on the way du und des alles nie du Oh, geil. So, da kommt der Tickkirch. Nein, der S-Word hat ihn auch noch bekommen. Dann schauen wir mal, dass wir den Mithaar kicken. Zio nicht auf dem Weg. Zio nicht gleich da. Ja, der Problem ist, Morde hat einen guten Wave-Cleaner. Ja, Morde ist Nummer 1. So, der Taubler hat uns. So. Vorsicht, Vorsicht, Vector, 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 Leute. Komm her, Lieschen, jetzt gibt's das Mull. Das Game hat so schön angefangen. Ja, du machst auch gerade nur Kacke, du spielst wirklich ja gerade Intings heilen. Aber... Hä, was soll ich machen? Ohne Erfolg. Also, eigentlich hab ich gerade nur das einmal Kacke gemacht. Das ist, als ich hier in 5 Uhr Leute reingeultet hab. Sonst kann ich gerade herzlich windig dafür. Ich steh einfach nur bei meinem Team. Ja, ab dem Drake war es vorbei. Ich will jetzt gleich CC Watt und mach wirklich Intings heilen. Ja, Watt, du bist noch mal. Ja, Worte bringen, interessiert uns nicht. Ich hab dich lieb, ich wollte dich nicht angreifen. Aua, machst du Schaden. Ich darfst halt nicht vergessen, dass du ein Null-Tanky bist. Wer noch? Was macht die da gerade schon wieder? Sehen die das Leute, die Leute nicht. Wenn ich im Wursch bin. Nee, die Leute sehen das nicht, wenn ich im Wursch bin. Ja, trotzdem. Ja, nee, ich hab nicht gesehen, dass die von unten hochkommen. Das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich angefangen habe zu verhalten. Das ist eigentlich ziemlich dumm, weil jetzt die ganzen Leute hochkommen. Machen wir mal das, machen wir das. Das ist echt schade, wenn man schaut, wie der SWL out of game war. Out. Out. Jung, wer achtet's. Ihr seid als Vion Support nicht die zu tanken wie auf top-land. kuckkuckkuckkuck Was macht denn der Gangplank? Wahrscheinlich kann ich sterben. Es war so klar, dass der Gangplank jetzt sterben wird. Aber naja. Was passiert? Er spielt heute in den Gangplank. Ich könnte mir mal nicht so raten, ich nun eigentlich. Mal wenn ich nichts mehr habe, plötzlich. Ali, das war kacke. Okay. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich große Viecher wegstoßen kann. Muss ich gar nicht sagen. Ich pull ihn da rein, damit er nicht kein anderer sieht. Ja, ich habe nicht gewusst, dass du was auch wegstoßen kannst. Und... ... 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 W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w Fick dich! Wer hat die Erlaubt meine Wurz zu klären? Geh da weg, da sind die alle... Ähm, there is nothing we'll play here. Totally fucked up game. Why pick Fiora against Mundo? Gute Frage. Luca, sei froh, dass er dein König getroffen hat. Da willst du grad nicht rein. So lange der Mundo nicht da ist schon. Ah fuck, der Mundo steht ja auch wie hier! Der Mundo ist das einzige Problem. Naja, Morde. Jemand könnte auch mal Execu... Also den könnte auch mal Executioner bauen. Aus Mundo! Sein braves Mundolein! Was hat denn jetzt bei dir so gepiept, Luca? Hä? Was wird dir so gepiept? Ja, wenn du OPGG aufmachst, geht ab und zu zur Abdommerwerbung. Adblocker. Luca. Na? Manche Boasa haben ihn sogar inbegriffen. Wohnt sich stößt, ha? Mundo ist da! Äh, Sion. Komm jetzt auf Mundo. Sion ist weg. Das ist Sion in Ruhe. So. Ähm. Wir... bauen... Build Village. So. Ähm. Wir... bauen... Build Village. Und... Wir sind alle tot. Und... Ja, es wird... Du rennst ja nicht hinterher. Ich hätte an deren Stelle eher Bayern gemacht, darunter zu gehen. Ich merke schon, wenn ich mit Pike spiele, dann läuft es einfach nicht. Ich glaube, LOL möchte ich mir damit was sagen. Letztes Mal lief es mit Pike auch nicht. Hm? Was, Lukas? Letz... Letzten... Gains lief es mit Pike auch nicht. Da stand ich aber nicht 2.8. Ach, da lag weniger an mir. Lass die mich alle in Ruhe. Okay. Pink ward. Clean. Ah. Finde ich... Ah. Der erste... Flasht von mir weg. Finde ich gut. Was ich nicht so gut finde, ist der Mordekaiser. Der ist oben jetzt. Flasht von mir weg. So... Komm mal hin. Komm mal hin. Komm mal hin. Ich bin tot. Ich bin tot. Weißt du wieviel mir seine Ulti gezogen hat? Viel. 48% meines Lebens. Das nenn ich mal viel. K Ich bin tot. Und ganz. Ich bin tot. Noch nicht. N�. Ich bin tot. Baa. Ich bin tot. Ach. Mundo mit Lulu Ulti ist gleich kein Spaß. Geht mir nicht die Panther. Bis kurz. BAM 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 BAM. ah so Mundo und Lulu ist gleich kein Spaß aber wenigstens wir enden die bis jetzt das war's mit der Folge merkt euch Lulu und Mundo zusammen ist absolut kein Spaß hat's reing, mit's dann, ciao